Liebe Hörerfamilie, Pfarrer Michael White hat ein interessantes Buch geschrieben, zusammen mit Tom Korkoram, seinen pastoralen Mitarbeiter. Es trägt den Titel Rebuild und ist auch unter diesem Titel bei uns in Deutschland erschienen. Gläubige aufrütteln, Verlorene erreichen, Kirche eine Bedeutung geben. Die Geschichte einer katholischen Pfarrei im Osten der USA gelegen, in Baltimore, nicht weit von New York entfernt. Nativity ist der Name dieser Pfarrei. Wir haben beim letzten Mal gehört, was herausgekommen ist bei einer Analyse dieser Gemeinde, nämlich dass eigentlich gar nichts stimmt. Die Gebäude sind heruntergekommen, die Arbeit ist vollkommen unkoordiniert, der Regionsunterricht wird von den Kindern gehasst, Jugendarbeit, Fehlanzeige. Und obwohl alles so im Argen liegt, auch die Finanzen, sind die Leute zufrieden. Und jetzt hören wir heute, was die beiden Tom Korkoram und Michael White tun, um die Situation zu ändern. Hochinteressant, weil bei uns wird das ja auch oft in dieser Richtung getan, was die beiden jetzt dann in die Wege geleitet haben, mit hochsignifikantem Erfolg gegen Null. Das heißt, all die Initiativen, die sie angestoßen haben, teilweise ganz interessant, sind aber vollkommen versandet. Wir haben begonnen, das zu ändern. Mit viel Anstrengung und Fantasie stellten wir Programme und Angebote zusammen, um unsere Pfarrei-Mitglieder zu beeindrucken und sie zum Wiederkommen zu bewegen. Für Kinder erneuerten wir den Lehrplan der Regionsstunden und führten Weiterbildungsprogramme für Lehrer ein. Außerdem entwickelten wir kreative und ansprechende Events für Kinder im Jahreskreis. Frühstück mit dem Weihnachtsmann, Ostereier suchen, Puppentheater, Hirtenspiele und andere Theaterspiele. Wir initiierten ein Programm für grille Jugendarbeit, das in Wirklichkeit ein Unterhaltungsprogramm mit endlos vielen Aktivitäten war, damit sie lernten, sich einzubringen. Damit meinten wir, dass sie einfach kommen sollten. Jugendtage, Skiausflüge, Filmabende, Übernachtungspartys und Tanzveranstaltungen. Wir stellten talentierte Musiker an, um in unseren Gottesdiensten eine breite Palette von Musikstimmen und auf hohem Niveau anbieten zu können. Außerdem stellten wir unsere Kirche für Konzerte und Aufführungen zur Verfügung. Wir ließen uns verschiedene Gemeinschaftsangebote einfallen, Empfänge, Ausflüge und Lesungen. Wir überarbeiteten unseren Wochenbrief und gaben einen Hochglanz-Jahresbericht heraus. Wir hatten eine Website, lange bevor das andere Pfarreien hatten. Wir erweiterten die Fürsorge für unsere Mitglieder, solange wir Ideen hatten. Von der Bereitstellung von Agapen nach Begräbnissen bis hin zum Kaffeehausbetrieb nach jeder täglichen Messe. Es war Zeitverschwendung. Im Nachhinein erinnerte unsere Situation an das Rennen der Roten Königin aus Lewis Carrolls Alice im Wunderland. Das zitierte er dann. Hierzulande musst du so schnell rennen, wie du kannst. Und zwar dann, wenn du am gleichen Fleck bleiben willst. Also wenn man an der gleichen Stelle bleiben will, muss man schnell rennen. Je mehr wir anboten, desto schneller mussten wir rennen, um am selben Platz zu bleiben. Aber je mehr wir anboten, desto mehr wurde verlangt. Genau wie Alice, die nicht stehen blieb, um darüber nachzudenken, warum sie diese absurde Übung für die unersättliche Königin machen sollte. Wir hatten nicht darüber nachgedacht, warum wir das taten und was wir da taten und was wir da erreichen wollten. Es war uns nicht klar, aber wir hatten es mit lauter Konsumenten zu tun, einer Konsumkultur. Wir verstanden nicht, was das war. Die Konsumkultur entwickelte sich aus der Industrialisierung, Urbanisierung und dem Aufkommen allgemeiner Bildung. Das ist wunderbar für ein Handelsunternehmen, das Geld verdienen will. Das ist nicht so wunderbar, wenn sie eine Pfarrei sind. Tatsächlich höllte eine Konsumkultur die Zukunftsfähigkeit von Kirchengemeinden aus, weil sie den Mitgliedern die Haltung oberflächlicher Bindung und endlose Forderungen einnehmen lässt. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Konsumkultur zerstört kirchliche Kultur. Haltung oberflächlicher Bindung, nämlich nur mit Dingen, die lässt sich mit dem Glauben nichts zu tun haben, und endlose Forderungen. Der Autor Rodney Klepp drückt das folgendermaßen aus. Konsumenten sind darauf konditioniert, unersättlich zu sein. Man kann sie nie zufriedenstellen, zumindest nicht auf Dauer. Das Menschenbild der Konsumkultur besagt, dass Personen vor allem durch unbefriedigte Bedürfnisse bestimmt sind, die mit entsprechenden Gütern und Erfahrungen gestillt werden können. Demzufolge sollten Konsumenten zuerst und vor allem an sich selbst und die Erfüllung ihrer Bedürfnisse denken. Wahrscheinlich könnte nichts diese Schlussfolgerung und diese Zeit besser unterstreichen als unser jährliches Angebot zur Fastenzeit. Innerhalb von fünf Jahren hatten wir ein Angebot für Freitage in der Fastenzeit entwickeln, das wir familienfreundliche Freitage nannten. An sechs aufeinanderfolgenden Freitagen setzten wir diese Initiative an oberster Stelle unserer Angebote. Es war unglaublich arbeitsintensiv und erforderte viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es enthielt ein gratis Abendessen, Kinderbetreuung, Abendprogramm und einen thematischen Impuls. Vor dem Abendessen feierten wir die Messe und danach den Kreuzweg. Wir boten Livemusik und sogar eine Weinbar. Hunderte Menschen kamen und nahmen teil. Kirchliche Kollegen, die sonst nicht gerade großzügig mit Lob waren, lobten unser Angebot und wiederholten es in ihrem Verein. Fragen Sie uns nicht, was der Sinn dahinter war. Wir wussten es selbst nicht. Wir taten einfach etwas, damit wir irgendetwas taten, um vielleicht das schleichende Gefühl der Irrelevanz abzuschütteln. Und dann hat er das folgende Kursiv geschrieben, weil das jetzt ein ganz entscheidender Augenblick in seinem Leben war. Pfarrer Michael White. Mein Leben veränderte sich an einem dieser Freitage. Es war der sechste und letzte Abend. Zu diesem Zeitpunkt schien es so, als hätten wir nie etwas anderes gemacht. Es war jedes Jahr der absolute Burn-out-freie Mitarbeiter. Naja, jedenfalls servierte ich gerade Abendessen. Das machte ich tatsächlich. Und eine Frau kam zu mir, um sich über das Gratis-Essen zu beschweren. Sie war wirklich laut und unangenehm. Und schnell fand sie gleichgesinnte, die sich alle über das Gratis-Essen beschwerten. Irgendetwas machte Klick in mir. Eine Arterie explodierte. Plötzlich wusste ich, dass ich das nicht länger durchhalten könnte. Ich verschwendete meine Zeit. Und das war mein Leben. Ich verschwendete meine Zeit. Es war nicht nur die Undankbarkeit. Es war das völlige Fehlen von Sinn und der Mangel an Wirkung. Wir arbeiteten so hart, wie wir konnten, aber nicht nachhaltig. Und es veränderte nichts und niemand. Es gab bei niemandem eine Veränderung. Jetzt verstand ich, warum auf der Fußmatt, der mir als Vorgänger stand, gehen Sie. Also da braucht es solche Augenblicke, wo es dann Klick macht. Und dann wird in diesem Buch dargelegt, wie sie die Probleme angegangen sind und die sie gelöst haben. Bei James Melden erinnern Sie sich vielleicht, war es das Erlebnis bei einer Firmung. Die Firmpaten, die Firmlinge traten vor dem Bischof hin. An heiligem Ort in der Kirche. Bei einem der heiligsten Riten der katholischen Kirche, der Firmung, standen die jungen Leute da und logen. Sie legten Versprechen ab, von denen sie wussten, und jeder wusste es, der Bischof, der Priester, der Firmpate, sie selber, dass sie es nie halten würden. Nämlich, dass sie von nun an mündige Christen sein würden, am Gottesdienst und Gebetsleben der Kirche teilnehmen würden. Jeder wusste, das war die Abschiedsvorstellung. Jetzt ist es vorbei. Jetzt haben wir die Sakramente, jetzt können wir nach Hause gehen. Ungefähr so, wenn sie ein Führerschein machen, ein Auto kaufen, eine Garage haben, und sie fahren nie damit. Und sie verabschieden sich endgültig vom Auto und von der Kirche in dem Fall jetzt. Und das hat bei James Melden dann eine grundlegende, fundamentale Wende ausgelöst, wie bei Pfarrer Michael White. Diese Abende, die vollkommen kraft- und nervenzehrend waren und nichts, aber überhaupt nichts brachten. Wir freuen sich, dass wir an dieser Stelle weitermachen. Und lassen wir uns leiten und inspirieren von den Gedanken, die Pfarrer Michael White und Tom Corcoran uns schenken. Apropos schenken, danke auch für alles, was sie uns an Zeit schenken, im ehrenamtlichen Dienst, an Spenden. Wir leben davon. Gerade im Sommer brauchen wir diese. Und für jedes Gebet. Es segne und behüte sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Alles Gute.